Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Auch ich leiste meinen Beitrag. Sie alle leisten Ihren Beitrag und Sie treten Sie der mobilen Infanterie bei und kämpfen Sie für die Zukunft. Die planetarische Verteidigung ist besser als je zuvor. Eine vollautomatische Morita. Wer will sie mal halten? Unsere Kinder. Wir müssen sie schützen. Wir haben die Schiffe. Wir haben die Waffen. Aber wir brauchen Soldaten. Soldaten wie Lieutenant Janet Lambrise. Wir sind jetzt in ihrer Reichweite, Captain. Und Captain Carmen Ebanes. Alle Einheiten fertig machen. Abbruch steht unmittelbar ums Haus. Soldaten wie Rekrut Ace Levy und Lieutenant John Rico. Kommt schon ihr wilden Hund, es geht los, wollt ihr denn ewig leben? Wir brauchen Sie alle. Kämpfen Sie für die Zukunft. Sie werden weiter kämpfen. Möchten Sie mehr wissen? Ich glaube, das war recuperum. Untertitelung des ZDF, 2020